Ja, warte, da müssen wir aber schon ein Foto mit Flasche machen. Ja, machen wir mal eins. Ich hätte mal gesagt, wir sind da ja nicht zum Spaß da. Da werden wieder die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten, die neuen Impfdosen. Dir sag ich, ich steh mir ernst auf die Front. Die Testphase war noch nicht ausgereift. Naja, dir sag ich, das ist... Na, im Cola ist ja quasi offiziell Covid-19, wir trinken Corona. Prost, Mahlzeite.